Warum verpiss dich? Verpiss dich jetzt hier! Mensch! Diese Blockidioten, da könnte ich kotzen ohne Ende. Okay. Mit der. Muss dauert halt nur, weil Team Laderbücher. Also ein bisschen Laderbücher. Also ich hab Coyote, grünes Laservisier, Schalldämpfer und ergonomischen Griff. Laser würde ich ausmachen. Er wegmachen. Wenn die jetzt mit Nebel und so spielen, dann bist du nicht leichtes Ziel. Dann wäre es noch kein Zubehör. Also Coyote habe ich auch drauf. Ich vermass ja. Dann Schalldämpfer auf jeden Fall. Jetzt muss ich nur gleich sagen welchen Griff ich benutze. Als Lauf benutze ich glaube ich, ist ja Schalldämpfer sowieso. Ja. So, pass auf Warte Fs, wo ist er? Toll, der kann sowieso nicht groß machen hier. Okay. Rundgriff habe ich die Potato. Ah, den habe ich leider noch nicht. Das ist der einzige Griff, den ich für die Scheiße habe. Aber der Rundgriff ändert sich dann nicht mit dem Kurzgriff. Lassen wir an. Der ändert sich nicht von der Handhabe. Oh, hier liegt schon einer. Bomben aufstellen. Und ich noch einer. Aufstellen. Ich habe ihn zuerst reanimiert. Gut, da geht es ja nicht weiter. Müssen wir mal hier lang. Oh, da kommt bestimmt jetzt einer von oben runter. Und, 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 und. der Löffer einfach durch. Ja, ne, ist es. Oh, alter. Das ist gut, dass ich mich schicke. Huch! Scheiße, oder war er rechts? Ja, ja, genau der selber hat mich auch umgelegt, ja. Ich dachte, er war links. Ah, scheiße. Dies dumme Pudelschwein. Wie ist das? Lack-Munition. Kurzer Griff. Schrotzer. Ähm... Was ist denn dann? Keine Ahnung. Oh. Wurde besnackt. Äh... Irgend so ein Camper da oben. Oh, der hat mich erwischt, der Camper. Oh, scheiße. Komm hier, komm. Hallo. Willst du aufstehen? Oh nein, der sitzt hier hinter der Kiste, im kurzen Jank. In Richtung E. Haben. Woll dich. Danke. Nach lange. Ist das ne Dresda, euer? Kein da rumcampen, euer, nee. Mit der ja auch nie. Alter, Schrotze. Ich hol jetzt die Schrotze, scheiße. 14 lass ich den stehen. Hol dich. So. Piff, Piff, Piff. Oh. Oh. Äh, Alter. Hallo. Was war denn das gerade? Keine Ahnung. Alter, seit wann ist die 10.14 so schnell? 10.14? Ja, frage ich mich auch, ne? Seit wann ist die so schnell? Ist ne halbautomatischer. Alter, ich brauch doch immer ewig. Oh, gar nichts sehe hier. Ja, da ging's. Alter, was hat der 20.3 bitte? Wie? Jetzt schon? Nie in seinem kranken Leben. Ja, ne, ist klar. Ich komm schon... Ach, oh, ich hab schon grad keinen Bock mehr. Spawnste, kommt der mit seinem schwulen IR in V. Wow. Das Mal darf da gar nichts sehen, was draußen so hell ist. Ist das auch so Ding. Oh, hallo. Oh, fuck. Der Camper mit der Tür. Ja, den Sniper da hab ich. Oh, wurde wieder aufgestört. Cool. Oh, da scheinen wir an der andere Seite zu kommen. Oh, ne. Da ist er. Ach, vom eigenen. Ach, Leute. Musst du mal gucken. Oh, scheiße. Da ist er grad beim Medikit-Werfen kommt, dass noch einer ums Eck kommt. Shit. Jetzt stellt er die wieder auf, ist mir klar. Siehst du, weil es nicht nur... Oh, alles klar. Unten, unter C sind die. Äh, D. Der ist ja schon da rumflitzen. Komm, verpiss dich. Verpiss dich jetzt hier, Mensch. Diese Blockidioten. Da könnte ich kotzen ohne Ende. Oh, komm. Meine Frisse, bleibt da in der Tür stehen. Ja. Super, solche Leute. Warum bleib ich atmen? Auch die, die sehen, dass man... Dass man den Tunnel runtergeht und noch eine Granate hinterher schmeißen, ne? Hm. Hey, warte jetzt die Runde schon mal zu Ende? Ja, ne, ist klar. Ach, komm, hier, hier, Keiler, du bist doch bescheuert. B, A, C, Idioten. Jetzt passt mal auf, jetzt geh ich gucken. Das kann mir keiner erzählen, du.